Musik Willkommen beim Whisky Nerd, ich wünsche euch einen schönen Mittwochnachmittag und heute sind wir wieder beim Sommerhof in Oberösterreich und heute habe ich mitgebracht den Traunstein Whisky Korn, der besteht zu 100% aus Mais und lagert 4-5 Jahre in amerikanischer Eiche 100% aus Mais, hatte ich gerade erst einmal von Weidenau, glaube ich und der ist schon wirklich, hat eine sehr schöne dunkle Farbe geht schon so in den Kupferton diese 0,1 Flasche kostet 12 Euro und dann gibt es noch die halbe Liter und die kostet dann um die 44 Euro ich habe ja die Destellerie schon besucht, da gibt es ein kurzes Video ein spontanes kurzes Video dann habe ich schon den Single Mold probiert und dann gab es noch einen zweiten, den Rogen, glaube ich, I know why und heute eben den Korn bin ich sehr gespannt 4-5 Jahre in amerikanischer Eiche abgefüllt mit 41% klingt alles sehr gut ist wirklich zum Empfehlen diese Destellerie hier zu besuchen ungefähr 20 Minuten, habe ich ja schon erwähnt entfernt ist ja Kmunden und jetzt bin ich gespannt auf diese Nase sehr süß wow jetzt kommt hier gleich eine süße Vanillenote richtig schöner süßer Maiskolben Popcorn in diese Richtung sehr schöne süße Nase bisschen Eiche kommt auch schon in der Nase ja bin ich jetzt gespannt was der am kommen kann schöner angenehmer süßer Antritt süßer klebt förmlich am kommen sehr viel Vanille Aromen sehr viel Vanille Aromen haben wir hier bis hin Karamell Popcorn sehr süß viel Mais es kommt ein bisschen Eiche kann man nicht sagen sehr schöner Bourbon aus Österreich ein sehr süßer vor allem 100% Mais hier haben wir schon dieses schöne Süße von Mais selbst dann kommen von den amerikanischen Eichenfässern viel Vanillenoten sehr süß Popcorn Buttricker Maiskolben oben drüber Vanille mit etwas Eiche sehr schöne Nase gefällt mir sehr gut obwohl ein halber Liter dann 44 Euro ich weiß da bekommt man schon in diesem Niveau um 44 Euro herum eine Vielzahl an amerikanischen Bourbons der Herr muss sich aber nicht verstecken obwohl das jetzt wieder Deutsch Österreich nicht so bekannt da möchte man eigentlich nicht so viel dafür ausgeben hat man immer Angst davor wenn man aber einen süßen Whisky mag so 100% das Mais ist der nicht schlecht sehr schöner Antritt sehr gefällig sehr süß umschmeichelt den Gaumen Vanille Popcorn bis hin Karamellpopcorn also Maiskolben angenehme Eichennoten wir rammern hier jetzt das Ganze ein sehr schöner solider der ist nicht schlecht finde ich eigentlich sehr schön zum trinken gefährlich gut zum trinken sogar er ist wirklich sehr schön bekommt von mir eine minus zwei ja einfach schön schön süß Meiskolben gefällt mir minus zwei ist okay kann man ungefähr ja wer es mag es ist eben Geschmackssache immer sage ich am wichtigsten ist der persönliche Geschmack darum sage ich immer am besten ist immer so was kleines hier zuerst kaufen probieren wenn es einem gefällt kann man dann eine große Flasche kaufen wenn es einem nicht gefällt hat man wenigstens nicht so viel Geld verloren sage ich immer wieder am wichtigsten ist euer persönlicher Geschmack ich kann ja nur meinen Geschmack widerspiegeln und ja gefällt mir so ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch verbringt dem gut bis zum nächsten Mal euer Wiskonert ciao